Herr Rodes, da ist voll der spezielle Typ, guck mal. Das ist ja ein spezieller Typ, Alter. So ein spezieller alternativer Typ. Krass, guck mal Herr Rodes, guck mal. Das ist ja Herr Rodes. Machst du mal hier die Katzen herab, ich krieg sonst voll die Allergie und sterbe. Du bist hessisch.